Nein, der kann nicht springen, der Doofkop. Du machst das falsch. Ja, ich mach alles falsch. Am wenigsten kriegt man weniger Fallschaden. So geil. Der kann wirklich nicht springen, der ist wirklich zu dumm. Ich renne hoch und möchte springen, aber das geht nicht. Der ist zu dumm. Egal. Ja, auf jeden Fall wird's an der Zeit. Wir müssen diese große Schilder freischalten. Weißt du welche, wo du die... Ja, ich geh mal irgendwo an ein Gerät. Und schaue, ob wir was haben können. Oh, ich brauch Beton. Allgemein, ich brauch mir Inventarplätze. Du. Freischalten, ne? Glaube ich so zumindest nicht. Ja, mit dem Meilenstein. So, die scheisse Gerauerbrotzen. Äh, die sieben Dinger reichen nicht. Wir brauchen 10 für die großen Schilder. Ich weiß. Willkommen zurück to Real Xerox. Ey. Ähm, es gibt jetzt, es gibt jetzt ein Paar, es gibt jetzt ein Bauplan, um eine glatte Pipeline zu machen. warum braucht man eine glatte pipeline die hat dann die hat dann keine dingens mehr straffierungen mehr drauf sondern ist einfach ein rohr und es gibt jetzt runde fundamente inner corner extension outer corner extension half foundation set halbe fundamente jetzt auch noch ich sehe es mir auch gerade an wende da hat sich nicht viel getan architektur haben wir noch nichts neues freigeschaltet customizer ja das dachte ich so ein quarter pipe extension pack es gibt du kannst jetzt der musik kaufen und ne juke box stahl wandmaterial jetzt haben wir noch stahl als dinges ne rutschfestes metallfundament material hat er wie rutschfestes beschädigte beton ein bisschen wo er sieht geil aus aber wir können hier so viel geile sachen jetzt machen dr dach himmel dach material ein dr dach himmel cool etwas glas freigeschalten ist da cool hier leuchtet irgendwas kann gut sein es piept die bestimmt irgendwelche neue produkte oder so die wir herstellen können dürfen ne eben nicht 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 dazu also nur waffen es wäre noch der horror noch mehr irgendwas herstellen wo wir eh noch keine ahnung haben was haben auch so mit ausrufezeichen kollege hier schon wieder was machst du mit dem ausrufezeichen die linke maustaste ist bei mir plötzlich ausrufezeichen ich weiß nicht wie ich da wegkomme ähhhhh stationen steuerungen warst du irgendwie auf der map ich kann meine sachen die ich im inventar nicht habe nicht mehr richtig auswählen ok ich habe irgendwie eine andere tastatur jetzt plötzlich cool also ah jetzt geht es wieder es war nur ein bug war also eine zecke ne oh bettwanzen wachs bin ich gut und weit oben haben wir noch gar nichts heilige marine du wie eine oma hast du hier gebaut wow dach ich bin im himmel ich glaube wir haben höher gebaut aus irgendeinem ne da hinten oh wir müssen einfach diese gebäude aus oh 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 bist du oben ganz zu oberst na das ist noch nicht fertig ne ne aber das ist äh scheiß ist das hoch also textur mäßig gräser sieht man hier oben gar nichts mehr also toll ich komme jetzt gerade auf etage 4 hoch dann etage 5 6 was ist das für die etage hier 7 die frage zeichen etage 8 da kommt dann neue hallo was willst du hier bauen siehst du unser hochregallager von hier ja das wird ein ding schön schön haben wir darüber gesprochen ne und das sind alles so ballons in der luft ich will da hin boah ich sie das gras noch die gras textur so klein bisschen ja so ein bisschen ne wir haben es ja auch irgendwie auf ultra sick eingestellt oder ja übrigens was wir checken müssten ob die abbaustellen der einzelnen erz immer noch an der gleichen position sind da gab es zum teil änderungen aber aktuell sieht alles noch gut aus wunderschön was wir hier schon gebaut haben doch wir können ins glas laufen juhu kommen die nächste halbe stunde doch tatsächlich wäre ich für was anderes ja öl wir laufen in den beton öl tschüssi wären sie auch dafür dass wir eine kleine expedition machen für öl ich bin fast gestorben so ein einziges ding die frage ist man hielt jetzt echt hoch ne wie weit hielt man hoch so ohne essen und so immer noch drei hoch oder ist das jetzt mehr geworden immer noch drei hoch ja schade ich bin jetzt von stock 9 oder 10 aber man kriegt weniger weniger fallschaden hier nein man hielt noch mehr man hielt langsam man hielt es von eins ähm bis auf drei hielt man extrem schnell und jetzt ab dann hielt man relativ langsam aber man hielt noch weiter man hielt weiter wollen sie mit mir öl suchen nö ich suche gar nichts ich hätte nämlich zwei fahrzeuge ooo der herr hat fahrzeuge dann steig ich ein wohin in ein mir unbekanntes land alles was ist äh wo bist du gucken sie auf bitte auf äh gucken sie bitte auf maps ey wann kommt das update überhaupt von apple karten hier in der schweiz gar nicht wir lassen das hier nicht so hier in der schweiz wissen sie das geht gar nicht vielleicht kann sich noch google maps zulassen naja egal so tschüssi und zwar äh v ah there are no power äh rohöl scan öl ist auf die andere seite es ist gegen rosten zu rechts ne ich weiß wo es ist ich komme zu dir 2000 meter vor uns wo drei rohölquellen angenehm angenehm mein name du kannst jetzt auch bäume und gebüsche umfahren im schlepper ja boah die halten einem nicht mehr aus äh die bremsen ja nicht mehr aus ne ne ja ja ich habe es schon übrigens viereinhalb herzen also viereinhalb solche quadrate voll man hilft trotzdem noch hoch ne da wo ich jetzt gerade halt gemacht habe hier hat es nüsse falls du nüsse brauchst nö ich brauche keine nüsse man hielt automatisch hoch bis auf max ich greife da gerade ein viecher du siehst dann wenn du nicht mehr alle lebensparten voll ist dass die doch wirklich langsam aber sicher hoch heilen es dauert eine gewisse zeit aber man hielt langsam hoch noch 1800 meter für strom äh für öl ich überfahre jetzt mal hier ein viech oh das geht ich habe es schon gemacht das ging auch schon vor dem update noch 1700 Achtung diese dinge sind neu da spawnen immer wieder diese fliegen nach so durch alles hey nicht alle äh bäume kann man durchlaufen ne nicht alle ein paar nicht ja tatsache man hielt wirklich hoch ja es war bis vor dem update nicht so ne nur bis drei leben jup ähm bin ein bisschen falsch gefahren ich überfahre einfach alle Tiere die ich sehe ne ok nice wo bist du jetzt hin ach da wie bist du da unten gekommen aha oh oh hallo siehst du die spawnen immer wieder neu ok das muss man glaube ich in die luft jagen kann man es tut ja doch da kann er ja ok hier ist dann irgendwo öl mhm vielleicht links auf der stinke insel aber das wäre es jetzt noch das wäre es noch die erste öl ressource und du kannst sie nicht abbauen bis du den gasfilter hast aber für den gasfilter brauchst du öl warte mal ich habe gescannt ähm ja vor uns ich hab nichts auf ah jetzt erst oh mein gott jup jetzt kann ich den schlepper nicht mehr lenken nein ich kann nicht mehr abbauen wieder aufbauen ja beste idee diese 700 meter zum glück zum glück habe ich genug treibstoff dabei oh ich habe ein riesenviech umgebracht ups oh ne oh oh ähm kannst du mir hier helfen ähm ich bin hineingefahren ja ich auch aber die stehen irgendwie immer wieder auf